Ein Händler erhält eine Lieferung neuer Smartphones. Die gelieferten Handys haben fünf verschiedene Farben. Für die Auslage im Schaufenster sollen drei Farben ausgewählt werden. Bestimmen Sie die Anzahl der Möglichkeiten für diese Auswahl. Yo, total modern und so. Ich will wieder bei Jonas abschreiben können. Er hat versucht, mich am Freitag zu küssen. Sorry. Was? Jonas hat versucht, mich zu küssen. Was? Wann? Am Freitag. Wieso hast du es nicht erzählt? Du warst plötzlich weg und gestern warst du auch schon den ganzen Tag so abwesend. Was? Nein. Wann? Auch am Freitag. Wieso hast du mir das nicht erzählt? Ich erzähl's ja jetzt. Hm. Aber er hat dir jetzt nicht irgendwie Druck oder so gemacht, oder? Nein. Aber wieso? Ich dachte, du hasst ihn. Tu ich ja auch. Ich weiß nicht. Irgendwie... Er macht irgend... Krass. Was mit Kiki? Ja, was mit Kiki? Worüber redet ihr? Ey, ihr dürft keine Geheimnisse haben. Das ist die Q-Regel. Sorry, ist nichts Wichtiges. Hat das was mit deinen komischen Secret Meetings mit Axel zu tun? Oh mein Gott. Du hast wirklich was mit Axel? What the fuck, jetzt ehrlich? Sie haben sich nur geküsst. Bitte behalt's erstmal für dich. Auf jeden Fall ist das für mich. Wenn Kiki das erfährt, sie dreht durch. Meinst du? Sie hat die ganze Sache mit Alex doch eigentlich ganz gut verkraftet. Alter bist du blöd, sie tut nur so. Ihr geht scheiße innerlich. Sie weiß nur, dass ihr derbe genervt seid, wenn sie immer und ständig über ihn rumjammert. Deswegen red's nicht drüber. Warum müsst ihr immer so viel Drama produzieren? Mann, Kiki schaut total zu dir auf. Wegen jedem Pups von dir schreibt sie mir tausend Nachrichten. Echt? Ist aber nichts Ernstes zwischen dir und Alex, oder? Oh. Puh. utilities und sowas. ну Todo Versys für , it